Was treibst du denn da? Oster an Verstecken, dann können wir doch den Kerl. Du wieder, dass du mehr Freude am Verstecken, als die Kinder am Suchen. Wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Ja, und so gescheit, dass du zum Schluss nimmer weißt, was du hier hast. Ich sag gerade Hamster. Was denn? Den Hamster letztes Jahr für den Kleinen, den habe ich hundertprozentig im Garten versteckt. Vielleicht hat ihn ja auch die Katze vor die Kinder erwischt. Ja, und zusammen den Karton weggetragen, gell? Ja, was weiß ich, so eine Katze ist ja auch ein verrücktes Viech. Auwe. Was auwe? Ich mein, dass die Katze unschuldig war. Mei, du. Mei, du. Ich hab viel Teufel.